so hallo liebe freunde der keine ahnung gruseligen japanischen convenience store unterhaltung heute sind wir beim zweiten teil der ersten nacht wie auch immer das funktioniert ich dachte die erste nacht hätten wir gerade eben schon gehabt aber scheinbar nicht und darum geht es jetzt weiter wenn ich jetzt noch wüsste wo es rausgeht gut okay hier geht es nicht raus sieht das eigentlich aus wenn ich das okay nicht viel zu sehen hier doch echt nicht äh letztes mal war hier doch noch stiege zum runtersteigen oder nicht ah hier ok meine fresse das ist echt man soll sich hier glaube ich nicht zurechtfinden äh fuck jetzt jedes mal erst eine halbe stunde ist zum convenience store zu finden ich habe mich komplett verlaufen gerade hier äh scheiße wo bin ich okay ich guck mal da wo straße ist da gehe ich längst fertig da ist wieder ein garten da geht's längst da ist der wie komme ich da hin ich gehe du ich auch ich 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 du gott sei dank manometer heute nicht hier kein penner beziehungsweise ich glaube obdachloser sollte man lieber sagen wo ich gar nicht weiß ob der obdachlos ist ich war einfach nur irgendwie hey hey so I heard you reported that the doors would open on their own well got a guy to check the sensor and it seems like the wiring's will lose oh you thought you thought it was some sort of poltergeist I see those on TV all the time but there's they're all scripted Ghosts aren't real after all okay ratten ratten hinter dem Laden wo mache ich das denn gucken wir mal ob wir ratten finden dupe dee boo boo dupe dee boo boo Hau ab! Wie mache ich denn das jetzt? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Brötchen, Brötchen, nur echt mit dem Käse! Oh, shit! 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 ich glaube ich muss wir es wahrscheinlich hätten oder was hiervon ist bier ist das bier hier? ne muss doch hier irgendwo sein warum kann er mehr davon tragen und ich nicht hm ja 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 Okay. Okay, gemein. Okay, let's go. Die war noch mal fallen lassen. Oh, toll. Danke. Scheiß Türen wieder. 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 Oh, das nervt. Scheiß Türen wieder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Maaannn, Nerv! Wo sind die letzten Ratten? Meine Güte! Meine Güte! Meine Güte! Kann ich hier auch abspeichern? Drop Skew! Okay! 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 Sind da vielleicht Ratten? Vielleicht! Okay! Mal gucken, ob wir Ratten sehen! Okay! 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 Ich habe da ein kleines Kind gesehen, oder? Kodierung überlastet. Erwägen Sie Ihre Video-Einstellungen zu verringern oder benutzen Sie schnellere Kodier-Voreinstellungen? Hm, interessant. Okay. Ich glaube, dann machen wir hier mal eine Pause, bevor wir weitermachen oder nehmen vielleicht den ersten Tag nochmal neu auf. Okay. Ich muss mal hier Kodierung überlastet immer noch. Wahrscheinlich habe ich deswegen diese komischen Sachen. Okay. Tschüss.